Von der Gewalt des Äthers werden sie ins Meer geschleudert. Das Meer spuckt sie auf die Erde zurück, die Erde wirft sie zu den glühenden Strahlen der Sonne empor und lässt sie wieder in den wirbelnden Äther fallen. Denn jedes Element empfängt sie von einem anderen, und alle hassen sie gleichermaßen. Auch ich, schließt der Philosoph, gehöre zu ihnen, ausgestoßen von der Liebe, weil ich zu viel Vertrauen dem wütenden Zwist schenkte. Impedokles ist der größte unter den dichtenden Philosophen. Auch in seinem Werk über die Natur, das keinen größeren Anspruch erhebt, als eine naturwissenschaftliche Abhandlung zu sein, erfindet er für die Beschreibung eines Sterns, eines meteorologischen Phänomens oder eines menschlichen Geschöpfes aussagekräftige Bilder, die das ganze Maß seines schöpferischen Genies erkennen lassen. Nur einige Beispiele. Helios, der scharfe Schütze, die Scheibe des leuchtenden Mondes. Meer ist der Erde Schweiß. Die Nacht die einsame, blindäugige. Und selbst wenn er das Thema Geburt behandelt und gezwungen ist, die Stelle zu bezeichnen, von der aus das Kind auf die Welt kommt, hat er eine eindrucksvolle Metapher bereit. Die gespaltenen Auen Aphrodites. Kapitel 18 Athen im fünften Jahrhundert vor Christus Erholen wir uns kurz von der Philosophie und machen einen Abstecher in die Geschichte. Erstaunliche Menschheit. Der rührt sich tausend Jahre lang gar nichts. Und dann kommt, in einem knappen Jahrhundert, auf kaum mehr als zwei Quadratkilometern einfach alles in Bewegung. Wir sprechen natürlich, falls das noch nicht klar ist, von Athen im fünften Jahrhundert vor Christus. Eine bloße, kunterbunte Aufzählung der Namen jener Epoche verschlägt einem schon den Atem. Mit der folgenden Liste der in Athen Gebürtigen, der Einwanderer sowie der Gelehrten, die sich vorübergehend dort aufhielten, erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sind die Philosophen Anaxagoras, Gorgias, Protagoras, Parmenides, Zenon, Melissos, Demokrit, Achelaos, Sokrates, Platon, Hippias, Brodikos, Isokrates und Antiphon. Die Tragödiendichter Aeschilos, Sophocles und Euripides, der Komödiendichter Aristophanes, der Arzt Hippokrates, die Künstler Myron, Phidias, Praxiteles, Zeuxis, Ictinus, Hippodamus, Caligrates, Mnesicles, Alkmenes, Kresilas und Polyklet. Die Geschichtsschreiber Herodot, Thucydides und Xenophon, die Redner Hyperides, Trasymachos und Lysias und schließlich die Politiker, Themistokles, Miltiades, Kimon, Perikles, Aristides und Alkibiades. Um mit Bertrand Russell zu sagen, wie sonst nur selten, war es damals möglich, beides, klug wie glücklich zu sein und glücklich durch Klugheit. Das fünfte Jahrhundert begann mit einer Revolte, mit dem Aufstand der Ionier gegen die Perser, der von einem gewissen Aristagoras, dem Stadthalter von Milet, angeführt wurde. Die bemerkenswerteste Anekdote über dieses Ereignis, das die Perserkriege einleitete, ist die über Histiaios, der den Umsturz ausheckte. Als er nämlich den Zeitpunkt für gekommen hielt, das Unternehmen zu beginnen und den Komplizen Tag und Stunde des Aufstandes mitzuteilen, ließ er einen taubstummen Sklaven kahlscheren, tätowierte ihm die Botschaft auf den Schädel, wartete, bis ihm die Haare nachgewachsen waren und schickte ihn nach Milet. Er konnte sicher sein, dass der Befehl nicht abgefangen worden wäre, selbst wenn man den Boten geschnappt hätte. Praktisch alle Küstenbewohner erhoben sich und schlugen die persischen Besatzungstruppen. Dennoch konnten sich die Aufständigen ihres Erfolges nicht so recht freuen, mussten sie doch damit rechnen, dass Darius früher oder später mit einem viel größeren Heer wiederkommen würde, als damals bei seiner Eroberung. Also begab sich Aristagoras, der Stadthalter von Milet, im Jahre 499 nach Kontinentalgriechenland und versuchte, die wichtigsten Städte zu einem großen Bündnis aller Griechen beidseitig des Ägäischen Meeres zu überreden. Sparta wollte nichts davon wissen. Die Perser waren ein zu weit entferntes Volk, das sie nichts anging. Theben hasste nur Athen und wäre schon aus diesem Grunde nie in ein Bündnis eingetreten. Für die Griechen war es eben anregender, sich gegenseitig zu bekämpfen, als sich eine Invasion von außen vorzustellen. Aristagoras konnte nur Erythria und Athen auf seine Seite bringen, die gemeinsam eine Flotte von zwanzig Schiffen nach Milet schickten. Diese Solidaritätsgeste war, um mit Herodot zu reden, Archä-Kakon, der verhängnisvolle Anfang allen Übels, sowohl für die griechische Welt als auch für die persische. die wir in der Nähe des Nahrungsbedarungsmodellhaut von der Töden, Die Läu-Töden gibt es ganzÚn, die wir nachdenken, Vielen Dank.